Hey Leute, willkommen zum, ich glaube, siebten oder achten PvP-Event. Äh, ich werde jetzt gleich in meinen Turm reinrennen. Wir haben, äh, genau, den Heiltrank hier neu. Insgesamt 32 Enderpellen, hat sich also soweit nichts getan. Ich bin sehr gespannt, wie das hier abgehen wird. Ich hab meinen Turm ja nochmal etwas bearbeitet in der letzten Folge. Und eventuell kann ich den jetzt auch mal irgendwie nutzen. Ich hab irgendwie das Gefühl, das könnte auch mein Tod werden. Dieser Turm. Ich mein, diese, diese Schicht hier ist zwei Blöcke hoch. Aber trotzdem kann mich einer rüberschlagen. Ich bin mit Sommay auf einer Höhe. Ah. Ah, er sieht mich aber noch nicht. Da könnte ich jetzt auf einmal reinklatschen. Damit würde er nicht rechnen. Ne, ne. Sieht er mich? Ich glaube, er weiß, dass ich da bin. Wo ist ein Kletschauge? Guckt er mich? Ne, der guckt nach... Hat er mich gesehen? Ich kann's überhaupt nicht einschätzen. Ich duck mich halt einfach. Oh Gott. Viel zu viel. Ja. Oder... Ne, 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 ne. Hat er mich gesehen? Doch, keine Ahnung. Ne, ne, ne. Er hat mich nicht gesehen. Aber ich kann da jetzt leider auch nicht runterkicken. Ich geh einfach mal ein bisschen höher. Ich sehe den Namen. Alles okay. Alles okay. Ich bin so aufgeregt. Ich bin richtig, richtig nervös. Aber ist ja normal. Ist ja alles normal. So. Ich glaube, ich kann aufhören zu ducken. Aber ich sehe einfach... Ne, ach, da ist er. Ich sehe einfach gar nichts. Was geht denn da unten bei Izzy ab? Ich glaube, ihr könnt auch noch nicht mal hier hochwerfen. Ah, doch. Das müsste noch gehen. Ähm... Tadde sehe ich nicht. Ich sehe aber Maudado in seiner Hütte. Und da hinten ist wahrscheinlich Izzy. Ja. Sehr spannend, diese Sicht. Letz... Ah, Tadde. Es ist schon einer gestorben. Ne. Aua. Ah, nimm das, Alter. Ich werfe einfach mal Schneebälle nach unten. Ist das ein Zombie? Ah, er wirft. Er wirft. Haha. Er wird sie jetzt fragen. Hä? Von wo? Vielleicht. Oh, er ist weg. Wo wird es denn da? Hä? Hat er sich... Hat er sich weggeportet? Ist er gleich bei mir? Ey, schau mal runter. Bitte nicht. Bitte nicht schlagen. Tatsache, da kommt einer. Alter. Da kommt einfach einer. Ich könnte mein Creeper da reinhauen. Aber das lohnt nicht. Das lohnt nicht. Da kommt einer von unten. Ich brauche meine Schneebälle. Klar, ich hätte die Angel noch, um den runterzukicken. Aber es war richtig klug von mir. Nochmal nachzugucken, was da abgeht. Oben ist der ja abgeschlossen, der Turm. Äh, jemand meinte auch, ja, dass... Oh, Tadde. Das ist egal, weil... Die ja sowieso nicht so weit nach oben können, aber wer weiß. Wer weiß. Ah, er hat begriffen, dass ich eine bessere Position habe. Ich bleibe jetzt auch erstmal hier. Die letzten PvP-Events waren voll aufregend und ich bin sofort überall reingerannt. Aber jetzt möchte ich wirklich mal darauf warten, dass... Einer stirbt. Ich könnte zu Mordado gehen. Oh, 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 oh. Da ist einer. Hä? Da war doch gerade eben einer. Oder hat der sich... Der hat sich zur... Hat der sich hier gerade gegen geworfen und ist dann... Nee, oder? Ich glaube, der wollte hier hoch. Der ist... Ach, Mordado ist da hinten hingegangen, um sich hier hochzuwerfen, oder was? Das wäre jetzt die einzige Erklärung, die mir einfallen würde. Na, toll. Ich muss hier... Ich müsste jetzt eigentlich echt mal hier weggehen. Ich will aber, wenn dann, meinen Turm auch nutzen. Für irgendwas. Ich könnte zum Beispiel einfach mal da hingehen. Ja, guck mal. Ob das jetzt so sinnvoll war, lasse ich euch überlassen. Oder überlasse ich euch. Ich bin hier an so einem ekelhaften Ort. Das ist so gefährlich. Ich habe einen gefährlicheren Ort, kann man sich schon fast gar nicht mehr aussuchen. Moor. Gomme. Gomme, guck mich an. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Fuck. Er weiß nicht, dass ich da bin. Ich muss hier weg. Ich muss hier unbedingt weg. Alter, das wird mein Tod. Das könnte mein Tod werden, wenn ich einfach hier bleibe. Ich gehe mal weg. Ich esse noch nichts. Ne. Regen tue ich auch noch. Zombie wusste... Er wusste, dass ich da bin. Nee. Er will da auch hin. Alter. Fuck. Ich, ich will da rüber. Schaffe ich das? Nein, ich bin in der... Hä? Wo war... Alter, wo war ich denn gerade? Wo war ich denn bitte gerade? Ich war gerade... Im... Gar nichts, Alter. Ach komm, du kriegst mich sowieso nicht, Runa. Was ist los? Als Lackmasser. Fuck off. Mach locker. Easy ist mein Motto. Boah, das war das riskanteste, was ich jemals gemacht habe, glaube ich. Boah, viel aus der Welt. Talle viel aus der Welt. Boah. Scheiße, wäre dieser... Kack nicht gewesen, dass ich da mitten in der Wand... ...gespawn wäre. Ach, schade. Aber bis jetzt fehlt nur ein einziger Kuchen. Maudado, Zombie. Wo ist Dario? Ich würde gerne zu Dario gehen. Oh, da ist er. Da ist er. Genau zu dir wollte ich. Genau zu dir wollte ich, du Arschloch. Ja, Spaß. Na? Ich esse. Nein, ich esse. Mann, lass mich doch mal essen. Was ist denn los mit dir? Ach man, jetzt schlagen sie mich alle. Ich fühle mich gemobbt. Ach komm, lebt ihr auch noch? Glaubt ihr, ich habe wenig HP? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Oh. Ich kann... Ah, netter Versuch. Ja, sauber. Ich habe ihn getroffen. Boah. Was war das denn für ein cooler Move? Hallo. Na? Als gehen sie auf mich. Ne, da will ich nicht hin. Da ist ein Creeper. Da will ich hin. Oh. Oh, oh, oh. Flieg da hin. Ja. Er explodiert einfach nicht. Er stirbt gleich. Das will ich auch nicht. Das will ich dem nicht antun. Komm. Geh zu den anderen. Ja, genau. Gut so. Ey. Ah. Boah. Da war Lava. Da war einfach ein Lava-Eimer, der mich fast getötet hätte. Boah. Übertrieben. Hör doch auf. Hör doch bitte auf damit. Ich mag das nicht. Warum schlägt der mich immer? Ach man. Jetzt werde ich wieder gemobbt. Ich werde immer gemobbt. Jetzt kommt der Guma auch noch hier. Geh doch zu Someday. Ich dachte, ihr seid Freunde. Ja, scheiße. Wenn ihr ein Zaun ist. Da. Geht zu ihm. Komm schon. Creeper. Ja, 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 ja. Ja, ja. Nein. Fuck. Shit. Oh. Der war nett. Der war nett. Flieg doch. Ja, genau. Und ich flieg. Acht Kilometer, ja. Mobbing-Kreis. Ich glaube, die denken, ich werde... Obwohl, ich habe auch gar nicht mehr so viel AP. Someday viel aus der Welt. Oh, oh, oh. Oh, ich habe ein Ei. Oh nein. Ich dachte, ich habe mir das wegoperieren lassen. Hallo, na, wie geht es dir? Alles okay bei dir? Ich hoffe doch. Na, Gume, was ist los? Was ist los, Gume? Ja. Gume, können nicht wegkicken. Gume, können nicht... Nein, ich fliege einfach viel zu hart. Genau. Schlag mich einfach. Oh Gott. Oh Gott. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ah, hier. Hör doch auf damit. Boah, wie krass das vorhin war. Das war so heftig mit dem Turm. Ne. Dann gehen wir einfach mal hier weg. Oh, 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 oh. Ich gehe zu Jon Snow. Guck mal, wie sie auf mich gehen. Richtige Bastarde. Warte, genau, wenn man... Mir wurde gesagt, wenn ich mit der Hand drauf schlage, dann macht das mehr Schaden. Und natürlich, wenn die dann ein bisschen weniger weggekickt als sonst. Ich bin doch sowieso nicht tot. Komm. Also von der HP her meine ich. Angeschlagen. Das geht mir noch recht gut. Ah, er hat es gerallt. Er hat es gerallt, was ich mache. Oh, ein Heiltank gewor... Oh. Ja. Aber ich glaube, den Kampf gewinne ich. Vor allem, weil ich auch noch einen Heiltank habe. Ich glaube, er ist fast tot. Nein, er hat sich weggeportet. Hä? Ach, Izzy lebt auch noch. Nein. Maudado. Fast tot. Mir geht es doch gut. Zwei Herzen fehlen. Ach so. Hä? Echt? WTF? Wie ich da noch schreibe, wo ich gerade im Kampf bin. Richtig geil. Einfach an dem Bein noch mal ein bisschen chatten mit den Leuten hier. Das kam mir aber schon ein bisschen mehr vor. Soll ich mich hier drauf einlassen? Nee, das ist eigentlich Schwachsinn. Das ist eigentlich echt Schwachsinn. Das macht keinen Sinn. Sinn, 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 Sinn. Nein, 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 nein. Hä, wo bin ich? Alter, das ist nicht dein Ernst. Wie dumm bin ich? Ich war oben und habe aus Panik noch einen geworfen und das hat mich getötet. Ich habe mich einfach selber getötet. Nein. Nein. Och, Mann. Oh, was ein PvP-Event, ey. Aber Izzy hat voll lang überlebt. Krass. Das ist krass. Ja gut, wenn etwa ein paar trotzdem bewerten würdet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Falls ich jetzt noch Level übrig haben sollte, lösche ich die halt beim nächsten Mal. Tschüss.